Tief im Wald zwischen Moos und Fang, da lebt ein Käfer mit Namen Karl. Sein Leben wurde je gestört, als er ein dumpfes Grollen hört. Lärmende Maschinen überrollen den Wald, übertönen den Gesang der Vögel schon bald. Mit scharfer Axt fällt man Baum um Baum, zerstört er mit seinen Lebensraum. Karl der Käfer wurde nicht gefragt, man hatte ihn einfach fortgejagt. Karl der Käfer wurde nicht gefragt, man hatte ihn einfach fortgejagt. Ein Band aus Asphalt breitet sich aus, fordert die Natur zum Rückzug auf. Eine Blume, die noch am Wegesrand steht, wird einfach zugeteert. Karl ist schon längst nicht mehr hier, ein Platz für Tiere gibt's da nicht mehr. Dort wo Karl einmal zu Hause war, fahren jetzt Käfer aus Blech und Stamm. Karl der Käfer wurde nicht gefragt, man hatte ihn einfach fortgejagt. Karl der Käfer wurde nicht gefragt, man hatte ihn einfach fortgejagt. Karl der Käfer wurde nicht gesagt, man hatte ihn nicht gesagt, man aurait ihn einfach fortgejagt. Karl der Käfer shoulder isttered. Kai gefunden hat sich vor einem paralyzerigen Hochzeilen gef pajusen, um 22.00 Uhr in diesem Bereich zu ver幫tieren. Karl der Käfer wurde nicht gefragt, man hat ihn einfach fortgejagt. Untertitelung des ZDF, 2020